Wir müssen das Problem bei den Wurzeln packen. Die Ursache für steigende Mieten, das ist aber doch, dass wir zu wenige Wohnungen in so einem Land haben. Es gibt schlichtweg zu wenig passenden, zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und da müssen wir ran, schnell und mit allem Nachdruck. Wir müssen mehr, schneller und kostengünstiger bauen. Nur so kriegen wir die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Griff, meine Damen und Herren.